Weiter geht es nun mit meiner Top 100 Brettspielliste aller Zeiten in der Ausgabe von 2024. Vor drei Jahren habe ich ja zum letzten Mal eine Top 100 Liste gemacht und wie ich ja schon erklärt habe, den vorherigen Teilen dieser Top 100 Liste hat es eine Weile gedauert. Ich habe mir viel Arbeit gemacht, um meine ganze Sammlung zu sichten und am Ende meine Top 100 hier rauszufiltern. Das war nicht einfach, aber jetzt sind wir bei den Plätzen 50 bis 41 und da sind schon wirklich tolle Spiele dabei, muss ich sagen. Also großartige Titel, selbst wenn die teilweise ein bisschen runtergegangen sind gegenüber dem Jahr 2021. Andere sind wiederum gestiegen gegenüber dem letzten Mal oder sind relativ gleich geblieben. Und auch ein neues Spiel ist dabei, das letztes Mal noch gar nicht dabei war. Und damit legen wir gleich mal los, denn auf Platz 50 ist bei mir Woodcraft gelandet. Und ein Spiel von Delicious Games von Wladimir Suki und Ross Arnold. Und Wladimir Suki gehört ja zu meinen Lieblingsautoren, den ich auch sehr mag, obwohl ich die meisten Spiele wirklich sehr, sehr gut finde. Und Woodcraft ist 2022 erschienen, ist für 1 bis 4 Personen, 60 bis 120 Minuten, dauert ja eine Partie ab 12 Jahren. Und die Komplexität wird bei BoardGameGeek mit 3,83 von 5 angegeben. Also man kann schon sagen, ist schon so im unteren Expertenspielbereich auf jeden Fall drin. Hat eine Bewertung von 7,7 von 10 bei BoardGameGeek und die Position 501 insgesamt bei BoardGameGeek. Und wir spielen ja als Waldmenschen, sehen auch so ein bisschen aus wie Elfen und haben unseren eigenen Holz, unsere Holzwerkstatt im Wald, die wir während des Spiels ausbauen können, indem wir sie verbessern und damit eben auch bessere Aktionen nutzen können. Aber wir versuchen auch in jeder Runde Gegenstände herzustellen, die uns dann im Endeffekt die Siegpunkte bringen und die das Wichtigste sind, was wir in dem Spiel machen. Und dazu müssen wir uns halt Holz holen in drei verschiedenen Arbeiten. Das wird durch Würfel symbolisiert und das ist eine sehr coole Mechanik, dass wir halt diese Würfel dann eben auch dieses Holz dann klein machen können, indem wir halt aus einem Viererwürfel zwei Zweierwürfel zum Beispiel machen. Wir können verschiedene Holzarten zusammenkleben und größere Holzarten draus machen und ähnliches. Also ein sehr schöner Mechanismus. Und auch toll finde ich das zentrale Auswahlrad, denn wir haben einen Aktionswahlmechanismus, so auf einem Rondell in der Mitte, das auch ziemlich cool gemacht ist und bestimmte Boni gibt und sich immer wieder verändert, welche Boni es wo gibt. Und natürlich bauen wir auch unser eigenes Tableau aus und was bei dem Spiel auch toll ist bei Woodcraft, das ist ein wirklich anspruchsvolles Spiel. Das heißt, wir haben hier wirklich nicht so viele Aktionen und die fühlen sich immer zu wenig an. Das ist, finde ich, auch immer gut, dass man wirklich bei jeder Aktion gut überlegen muss, was will man machen, wie kann man das Beste herausholen, die meisten Sachen in einem Zug machen. Es gibt auch ein paar Leistungen, wo man hochklettern muss, wo es dann wieder Wertungen unterwegs gibt und so weiter. Also ein Spiel, was immer wieder herausfordernd ist, wo man sich in jeder Partie auch eine andere Strategie überlegen kann, anders herangehen kann und wo man wirklich gut überlegen muss. Also ein anspruchsvolles Spiel, Woodcraft, was mir aber sehr, sehr gut gefällt und auch sehr, sehr schön ausgestattet ist, toll gestaltet. Also Woodcraft insgesamt wirklich ein schönes Spiel, von Künstler Michael Peiche gestaltet und bei mir auf Platz 50 eingestiegen in meine Top 100 Liste. Auf Platz 49 liegt bei mir Parks, welches 2019 erschienen ist, original bei Keymaster Games und in Deutschland bei Feuerland Spiele. Und Parks war, glaube ich, auch ein Crowdfunding-Projekt, ein sehr schön ausgestattetes Spiel mit sehr schönen kleinen Holzmiepeln und so weiter, sehr schönen Kartenillustrationen. Und das gefällt mir eigentlich am meisten, denn in Parks reisen wir durch amerikanische Nationalparks. Und da ich ein großer Fenderballen bin und ja auch in der Vergangenheit schon in vielen Nationalparks war, ist das ein Spiel, was mich einfach emotional auch sehr, sehr anspricht. Und ich mag auch die Illustrationen, die hier vom 59 Parks Print Series stammen. Also das sind so Plakate, die direkt als Werbung auch für die Nationalparks gemacht wurden. Parks ist vom Autor Henry Audubon, ist für 1 bis 5 Personen 30 bis 60 Minuten ab 10 Jahren. Und die Komplexität liegt bei 2,12 von 5, also so gehobenes Familienspiel unter das Kennerspiel, würde ich sagen. Er ist insgesamt auf Position 144 bei BGG, in dem Familienranking sogar auf Platz 23 und hat eine Bewertung von 7,7 von 10 bei BGG. Und in Parks reisen wir mit zwei Wanderern in jedem Jahr oder jeder Jahreszeit über so einen Pfad. Und der wird auch immer zufällig zusammengestellt aus einzelnen Plättchen. Und da geht es auch jede Jahreszeit ein weiteres Plättchen, das heißt, der wird länger. Und wir müssen halt gut überlegen, wo wir uns hinbewegen. Wir können so weit vorgehen, wie wir wollen, aber natürlich ist immer der hintere sozusagen dran. Und kann dann immer überlegen, okay, beziehungsweise man ist immer in der Reihenfolge dran, aber man ist natürlich, wenn man sehr weit vorgeht, kann man nicht mehr so viel machen. Dafür gibt es halt Boni, die man abgreifen kann, wenn man zum ersten Mal auf ein Feld kommt. Und natürlich, wenn man auf einem Feld ist, ist das normalerweise blockiert. Man kann dann zwar durch ein Lagerfeuer auch mal ein Feld betreten, was ein anderer hat. Aber das ist eingeschränkt und wir können zusätzliche Ausrüstung nutzen und müssen ein bisschen aufs Wetter achten. Und ja, unser Hauptziel ist es halt, die Ressourcen zu sammeln, um bestimmte Nationalparks zu besuchen. Und da gibt es halt verschiedene Ressourcen und unterschiedliche, ja, eine Menge von Ressourcen für unterschiedliche Siegpunkte. Und jeder hat noch eigene Ziele, die er am Ende des Spielenden erfüllen muss. Also ein sehr schönes, zugängliches, aber auch interessantes Spiel, was ich immer wieder gerne spiele. Und was wirklich toll ausgestattet, toll gestaltet ist. Also Parks ist einfach auch so ein Wohlfühlspiel, was ich sehr mag. Und von daher bei mir immer noch hoch im Kurs, ist sogar um eine Position geklettert. Vor drei Jahren war es Position 50, jetzt Position 49. Parks bei mir in meiner Top 100. Auf Platz 48 liegt ein, ja, waschechtes Eurogame bei mir in meiner Top 100, nämlich Lorenzo der Prächtige. Ist allerdings ein bisschen runtergegangen, um 38 Plätze, war also auf Platz 10 vor drei Jahren. Ist jetzt noch ein bisschen runtergegangen, mag ich immer noch sehr, aber muss ich sagen, ist eines der Spiele, was ich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sehr häufig gespielt habe und da ein bisschen sich ausgespielt hat. Aber mag ich immer noch sehr und gerade durch die Erweiterung, wo ich gleich drauf eingehe, noch mehr Abwechslung dazugekommen. Lorenzo der Prächtige oder Lorenzo il Magnifico im Original, 2016 erschienen. und bei Cranio Creations erschienen und auf Deutsch beim Heidelberger Spieleverlag. Und da geht es in die italienische Renaissance, wo wir artige Familien spielen, die natürlich ansehen und Ruhm sammeln wollen, also Siegpunkte. Und das Spiel ist für zwei bis vier Spieler 60 bis 120 Minuten ab zwölf Jahren. Die Komplexität liegt bei 3,3 von 5, also ja gehobenes Kennerspiel, würde ich sagen. Designer sind Flaminia Prasini, Virginio Giglio und Simone Luciani, so dieser italienischen Eurogame-Autor, den ich sehr mag, Künstler unter anderem Clemens Franz und ist bei Cranio Creations erschienen und ist sehr gut bewertet, hat die Bewertung von 7,9 von 10 bei Boardgame Geek und insgesamt auf Platz 107, also knapp außerhalb der Top 100. Und wie gesagt, wir sind in der italienischen Renaissance und wir setzen unsere Familienmitglieder in verschiedene Aktionen ein, um ja verschiedene Boni zu nutzen, um Karten zu bekommen und damit eben wieder andere Effekte auszulösen und Siegpunkte zu bekommen. Also so ein bisschen so ein Spiel, wo wir auch versuchen, Ketten zu nutzen und bestimmte Effekte zu verbessern, dass wir wieder andere Sachen machen können. Und der Witz ist hier, dass wir am Anfang der Runde drei Würfel würfeln und entsprechend unsere eigenen Arbeiter dementsprechend auch nutzen können. Das heißt, für alle sind diese Würfelaugenzahlen dann gleich für alle Mitspieler und wir müssen halt gucken, welche Aktionen wir machen können, denn die verschiedenen Spots auf dem Spielfeld verlangen halt unterschiedliche Augenzahlen. Das können wir wiederum mit zusätzlicher Abgabe von Dingen auch verbessern und können diesen Wert erhöhen, aber die sind dann auch blockiert, die Plätze. Also das ist ein sehr interessanter Einsatzmechanismus. Wir müssen auch schauen, dass wir bei der Kirche auch vorrücken, dass wir nicht exkommuniziert werden, was uns Nachteile bei der Entwertung geben würde. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier Punkte zu machen. Sehr flexibler Aufbau natürlich durch die Kartenauslage. Ein großes eigenes Tableau, wo wir viel verändern können. Also Lorenzo Magnifico oder Lorenzo der Prächtige. Wirklich ein komplexes Eurogame, was immer wieder Spaß macht, weil es immer wieder auch anders läuft. Und mit der Erweiterung die Familien der Renaissance kam halt auch viel Neues hinzu, was wir ja auch in das Spiel reinnehmen können und was das Spiel noch abhängigreicher macht. Also es gibt 48 neue Karten, die ja dabei sind. Einen fünften Turm, wo wir Karten reinsetzen können. 20 neue Anführerkarten mit neuen Mechaniken und so weiter. Also da gibt es auch mittlerweile eine Box, wo das Grundspiel und die Erweiterung drin sind. Und wer das gerne mal spielen möchte, sollte sich auf jeden Fall die holen, weil dann bekommt er wirklich das große Eurogame-Paket. Also Lorenzo, der Prächtige, ein sehr schönes Dice-Placement-Spiel, was mir sehr, sehr gut gefällt und was immer wieder in die Tilt kommt. Aktuell auf Platz 48 meiner Top 100-Liste. Auf Platz 47 liegt bei mir Lords of Waterdeep. Und das ist schon ein etwas älteres Spiel. Denn das gibt es nur auf Englisch, ist von Wizards of the Coast und ist 2012 erschienen. Und der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen schon was, denn es geht hier in die Forgotten Realms, in ein Dungeons & Dragons-Szenario. Das heißt, wir spielen hier quasi ein D&D-Brettspiel. Und ja, wir sind hier aber keine Abenteurer, Magier oder was auch immer, die in Quests ziehen, denn wir sind die Lords of Waterdeep. Wir sind quasi die Figuren im Hintergrund, die Mächtigen aus dieser bekannten Stadt Waterdeep. Und wir wollen halt unseren Einfluss, unsere Macht in der Stadt ausweiten. Und das tun wir zum einen, indem wir unter anderem neue Gebäude in der Stadt errichten, die neue Einsatzmöglichkeiten bieten, die uns natürlich vor allem was bieten. Aber wenn Gegner das nutzen, bekommen wir dann auch was dafür. Also das Spielbrett verändert sich, was ich aber sehr, sehr mag. Und der zweite große Faktor ist, dass wir ja verschiedene Abenteurerarten anheuern, um Quests zu erledigen, die auch zum Vielzahl hier in dem Spiel dabei sind und die wir erfüllen müssen, um verschiedene Boni wie Prestige und so weiter zu bekommen. Und so versuchen wir halt als die Mächtigen im Hintergrund alles für unsere Geschicke zu lenken, die Stadt auszubauen, Abenteurer rauszuschicken und Quests zu erfüllen. Und das muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich mag diesen Blick auf diese Dungeons & Dragons Welt, dass wir halt nicht mal die Helden sind, sondern dass wir die Mächtigen im Hintergrund sind, die die Helden losschicken. Und das fühlt sich cool an und ist hier auch ein sehr schön Eurogame mit diesen Ameristai-Anleihen sehr schön umgesetzt worden. Ist für zwei bis fünf Personen, 60 bis 120 Minuten, dauert eine Partie von Lords of Waterdeep. Ab zwölf Jahren ist das Spiel und die Komplexität liegt bei 2,45 von 5. Also es ist wirklich reines Kennerspiel hier. Designer, also Autoren sind Peter Lee und Rodney Thompson. Und Künstler gibt es einige. Es sind über 30 Jahre angegeben bei Board Game Geek, wie Irish, Belizeven, Belladin oder Sultan Burroughs. Also sehr, sehr viele Illustrationen, die man auch aus Dungeons & Dragons, aus dem Rollenspiel kennt. Ist bei mir auf jeden Fall nochmal in der Gunst geklettert um acht Plätze. War letztes Mal auf Platz 55, jetzt auf Platz 47, weil ich das einfach so mag und weil es einfach für mich schon jetzt ein Klassiker ist. Und es liegt unter anderem auch daran, dass es da eine Erweiterung gibt, nämlich die Lords of Waterdeep Scoundrels of Skullport, wobei das eigentlich zwei Erweiterungen sind. Wir haben einerseits diesen Hafen von Skullport als neues Modul mit drin, aber auch das Undermountain-Modul, ein Dungeon. Und das bietet eben neue Herausforderungen, neue Quests, neue Gebäude, neue Lords, eine neue Fraktion sogar und so weiter, neue Gegner. Also hier in dieser Erweiterung eine Menge dabei. Und das Schöne ist, beides ist verfügbar. Sowohl Lords of Waterdeep als auch die Erweiterung ist verfügbar. Kann man sich holen. Ist wie gesagt auf Englisch, aber wer was mit Dungeons & Dragons, mit Rollenspiel anfangen kann und gerne ein Brettspiel in dieser Welt haben möchte, dem empfehle ich Lords of Waterdeep auf jeden Fall. Hat eine Bewertung von 7,7 von 10 bei BGG und insgesamt ist es sogar auf Platz 87, also in den Top 100. Ja, das war Lords of Waterdeep bei mir auf Platz 47. Platz 46, ja, da habe ich wieder ein bisschen geschummelt, muss ich sagen. Denn auf Platz 46 meiner Top 100 liegen zwei Spiele. Und das sind Mombasa und Sky Mines. Und das liegt einfach daran, dass es mehr oder weniger dieselben Spiele sind. Denn Mombasa ist 2015 erschienen. Der Autor ist Alexander Pfister. Ja, mein Lieblingsautor, würde ich schon sagen. Und das ist ein Spiel, wo es ja thematisch in eine kritische Zeit geht, nämlich in die Zeit der Kolonien in Afrika. Wir spielen Investoren in Handelskompanien, die halt sich dort ausbreiten, Handel treiben, Geld verdienen. Und das ist natürlich ein Thema, was ja jetzt mittlerweile deutlich kritischer betrachtet wird. Und deswegen ist 2022 Sky Mines erschienen. Das ist quasi eine Neuauflage, wo der Alexander Pfister mit Viktor Kubilke zusammengearbeitet hat und jetzt das ganze Szenario auf den Mond versetzt hat und wir jetzt in Konzerne investieren, die halt versuchen, den Mond auszubeuten und dort Ressourcen zu bekommen etc. Der Spielbrett ist selber, ist aber sehr ähnlich. Die Basis ist dieselbe. Sky Mines, da wurde einiges im Detail geändert. Es gibt auch eine andere Spielbrett-Variante. Aber im Grunde genommen ist es schon dasselbe Spiel. Und das funktioniert halt so, dass wir ein Startkartenset haben, aber im Spiel uns weitere Karten holen können. Das heißt, wir haben einen Deckbaumechanismus drin. Und diese Karten spielen wir dann aus in verschiedene Slots auf unserem Tableau und nutzen dann diese Aktionen und können dann auch auf unserem eigenen Tableau einiges machen. Dann können wir, wie gesagt, Anteile der verschiedenen Kompanien erwerben und können damit eben auch beeinflussen, was sie machen und wie sie das machen, wie sie sich ausbreiten. Und das ist eben bei Sky Mines auf dem Mond ähnlich. Und der Witz ist hier, dass wir am Ende jeder Runde nur einen dieser Slots, wo Karten liegen, zurücknehmen können. Das heißt, wir müssen uns genau überlegen, welche Karten legen wir wohin, welche Karten wollen wir womöglich zurück, welche Karten, da können wir ein, zwei Runden drauf verzichten. Und so bauen wir halt immer stärkere Aktionen aus, nehmen dann aber immer auch wieder Karten auf die Hand zurück. Und das ist ein sehr schönes Handmanagement, ja, eine sehr schöne Handmanagement-Mechanik. Die Kartenvielfalt ist groß und wir haben halt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch austauschbare Leisten an den Seiten bei Mombasa. Und ähnlich ist das eben auch bei Sky Mines. Ich muss sagen, klar, thematisch ist es so, dass Sky Mines natürlich das unverfälschte Spiel ist oder sagen wir mal das Spiel, was weniger anstößt. Und ich kann auch durchaus Leute verstehen, die sagen, sie möchten so ein Thema nicht spielen wie Mombasa, wo es halt, ja, man spielt quasi schon geldgeile Investoren, die in der Zeit der Kolonien Afrika ausnutzen. Das muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Ich persönlich finde aber dieses historische Thema trotzdem ansprechender, realistischer. Ich bin ja trotzdem ein Mensch, der sich seine Meinung bilden kann und der weiß, dass das nicht gut war und der weiß, kann das einschätzen in der Realität. Trotzdem finde ich so ein historisches Thema interessanter als so ein generisches Science-Fiction-Thema wie bei Sky Mines, wo mir auch die Gestaltung bei weitem mich so gut gefällt wie bei Mombasa, was einfach von Clemens Franz und Andreas Resch damals meiner Meinung nach deutlich schöner gestaltet wurde. Aber heutzutage hat man kaum noch die Wahl. Mombasa ist nicht mehr im Print. Dafür gibt es eben Sky Mines. Mombasa insgesamt auf Platz 112 immer noch bei BoardGameGeek, obwohl es, wie gesagt, eben nicht mehr wirklich erhältlich ist. Und eine Bewertung von 7,9 von 10 ist für zwei bis vier Personen 75 bis 150 Minuten ab zwölf Jahren und hat eine Komplexitätsbewertung von 3,9 von 5. Also, ja, nicht ohne. In ähnlichen Werten, genauso was die Spielzeit angeht, auch die Komplexität angeht, liegt Sky Mines. Hat eine Bewertung von 8,0, also etwas höher sogar. Insgesamt aber nur den Rang 679, was aber oft so ist bei solchen Neuimplementierungen, dass diese Nachfolger eben nicht ganz so gut ranken. Aber wie gesagt, ist bei DeepRind Games erschienen. Über Pegasus war es bisher erhältlich und wird sicherlich auch weiter erhältlich sein. Sky Mines auf jeden Fall trotzdem eine dicke Empfehlung. Und bei mir auf Platz 46. Und Mombasa war letztes Mal schon dabei. Sky Mines gab es ja da noch nicht. Ist um zehn Plätze jetzt nach unten gegangen. Also etwas runter, aber immer noch ein Spiel oder beide Spiele, die ich sehr, sehr gern spiele. Platz 45 in meiner Top 100 ist Sid Meier's Civilization Ein neues Zeitalter. Ein Spiel, welches 2017 rauskam bei Fantasy Flight Games und was schon beim letzten Mal in meiner Top 100 war, nämlich auf Platz 37, damit um acht Plätze nach unten. Aber das ist ja nicht viel. Und bei den vielen neuen Spielen, die ich seitdem gespielt habe, zeigt das, dass ich Civilization, ein neues Zeitalter, immer noch sehr mag. Es ist ein Civilization-Spiel von James Kniffen. Künstler sind Anders Finner und Michael Silsby. Es führt zwei bis vier Personen, 60 bis 120 Minuten ab 14 Jahren. Und die Komplexität liegt bei 3,17 von 5, also leicht gehobenes Kennerspiel. Und man kann es durchaus, wenn man die Regeln gut kennt und mit weniger als vier Spielern spielt, auch in einer guten Stunde spielen. Und das ist ja für das Civilization-Spiel auch nicht üblich. Und wir haben hier ein variables Spielbrett, was sich aus Landschaftsteilen zusammensetzt, wo wir uns halt ausbreiten, wo wir unser eigenes Territorium erweitern und neue Fähigkeiten bekommen. Wir können Weltwunder bauen. Wir haben jeweils eine eigene Situation mit eigenen Fähigkeiten. Fähigkeiten und vieles mehr. Also dieses Spiel bringt schon einiges mit. Dafür sind manche andere Sachen ein bisschen runtergedampft. Also der militärische Aspekt ist hier sehr eingedampft, was manche auch nicht so mochten. Und man entdeckt nicht so wirklich die Welt. Die ist quasi schon offen, liegt die vor einem. Das heißt, es ist kein 4X-Spiel. Das haben auch manche kritisiert. Ich mag es trotzdem, weil es halt trotzdem ein sehr gutes Civilization-Spiel ist. Im Gegensatz zu vielen anderen, wo das nur aufgesetzt ist, fühlt man hier schon wirklich, dass es ein Civilization-Spiel ist. Und es spielt sich halt relativ schnell. Trotzdem ist es sehr spannend, denn es gibt eine Erweiterung, nämlich die Terra Incognita-Erweiterung, die 2020 erschienen ist und die die Komplexität des Spiels ein bisschen nach oben nimmt, auf 3,61 von 5. Also ich sag mal, da geht es schon in den unteren Expertenspiel-Bereich. Und die Spielzeit hier auch auf jetzt 120 Minuten wirklich hochdreht. Das heißt, man spielt schon länger mit dem Spiel. Der Designer ist hier Toni Fangi von der Erweiterung. Und die bietet aber einiges, was ich sehr spannend finde. Zum Beispiel kann die eigene Hauptstadt wachsen mit neuen Distrikten, dass man neue Fähigkeiten bekommt. Man hat jetzt richtige Armeen, die durch die Welt ziehen. Es gibt Regeln für die Erkundung. Das heißt, man entdeckt wirklich die Welt und kann neue Dinge entdecken. Also alles das, was eigentlich beim Grundspiel kritisiert wurde, ist jetzt hier dabei, sodass das Spiel Sid Meier Civilization, ein neues Zeitalter, mit dieser Terra Incognita-Erweiterung wirklich ein 4X-Zivilisationsspiel ist. Und auch wenn mich das schon sehr reizt, diese kurze Spieldauer, würde ich es heute nicht mehr ohne diese Terra Incognita-Erweiterung spielen. Kann ich sehr empfehlen. Ist dadurch wirklich ein sehr, sehr gutes, sehr variables und interessantes Zivilisationsspiel geworden, was eben auf diesem, ja, Civilization-Computerspiel-Klassiker basiert. Sehr schöne Umsetzung. Und bei mir auf Platz 45, Sid Meier Civilization, ein neues Zeitalter. Platz 44, und das ist ein bisschen Zufall, war gar nicht so geplant, ist bei mir Memoir 44 geworden. Ist ein Spiel, was 2004 erschienen ist und was so eine Mischung aus Brettspiel und Wargame ist. Im normalen Spiel treten zwei Personen gegeneinander an mit ihren eigenen Armee-Einheiten auf einem variablen Spielfeld, was so in Sechseckfelder aufgeteilt ist und insgesamt in drei Segmente aufgeteilt, die linke Flanke, rechte Flanke und das Zentrum. Und wir steuern die Aktionen unserer Einheiten mit Karten, die wir ausspielen, indem wir halt bestimmte Bereiche aktivieren können, bestimmte Armeetypen, Einheitentypen aktivieren können oder auch Sonderkarten spielen mit ganz speziellen Fähigkeiten. Und so spielen wir halt verschiedene Szenarien. Und das Besondere bei diesem Spiel von Richard Borg ist, dass es unendlich viele Szenarien gibt. Es gibt zum einen viele, viele Erweiterungen, große Erweiterungen, die komplett neue Armeen reinbringen mit neuen Spezialfähigkeiten und neuen Szenarien und auch eine kleine Erweiterung, die wirklich nur so Szenarienerweiterungen sind, die neue Maps mitbringen und quasi neue Szenarien, die man spielen kann. Aber es gibt eben auch auf der Website von Days of Wonder, das ist der Verlag. Dahinter gibt es Downloads von unendlich vielen Maps. Also man kann hier wirklich bei Memo of 44 sehr, sehr viel spielen. Es gibt auch Kampagnenbücher, wo man richtige Kampagnen spielen kann, wo man dann, je nachdem, wie man die einzelnen Szenarien abschließt, unterschiedliche Pfade wählen kann etc. Also ein sehr umfangreiches Spiel mit einer großen Fanbase. Es gibt jetzt noch Meisterschaften in Europa, wo jedes Jahr in Belgien zum Beispiel, in den Benelux-Ländern ist das sehr stark vertreten, gespielt wird. Ich habe auch hier eine Spielrunde bei mir in der Nähe. Die spielt nur Memo of 44, also eine große Fanbase. Ein Spiel, was ich liebe, aber auch manchmal ein bisschen hasse, denn ja, wir kämpfen halt hier. Zum einen ist es ja taktisch und strategisch natürlich ein Spiel, wo man wirklich gut überlegen muss. Die Kämpfe selber werden aber dann mit Ruffin ausgetragen und das kann halt manchmal auch wirklich frustrierend sein. Dennoch, Memo of 44 mag ich sehr, weil es halt dieses Wargame abstrahiert zugänglich macht als Brettspiel und trotzdem so Wargame-Element dabei hat. Wo man auch sagen muss, mir gefallen natürlich auch hier die Minis. Es gibt dann auch Erweiterungen, die bringen viele neue Minis für verschiedene Armeetypen mit, Einheitentypen mit, sodass es auch wirklich schick aussieht auf dem Spielfeld. Memo of 44, ein sehr, sehr gutes Spiel, was ich immer wieder spiele und was man zum Beispiel auch auf Boardgame Arena spielen kann mit sehr, sehr unterschiedlichen Szenarien. Wie gesagt, bei Days of Wonder, die Künstler sind Cyril Dejean, Julien Deval, Don Perrin und Claude Ricard für zwei bis acht Spieler. Denn es gibt auch Varianten, wo man bis zu acht Spieler spielen kann. 30 bis 60 Minuten dauert eine Partie, wobei wir immer quasi jede Map einmal von der einen Seite spielen und einmal von der anderen Seite. Wir wechseln quasi die Maps, weil diese Maps nicht balaxiert sind, sondern die stellen ja historische Gefechte, historische Schlachten da. und da war es ja oft so, dass eine Fraktion in der Unterzahl war oder in der Verteidigung die andere die Angriffsfraktion war und deshalb spielen wir ja beide Seiten und gucken dann am Ende, wer in der Summe die meisten Medaillen, die meisten Punkte gemacht hat. Ist ab acht Jahren und hat eine Komplexität von 2,27 von 5 bei Boardgame Geek, also wirklich zugängliches Kennerspielniveau, eine Bewertung von 7,5 von 10 und insgesamt der Rang ist 192 bei Boardgame Geek. Ja, Memo 44 auf jeden Fall eines der Spiele, wo ich sicherlich am meisten Material habe, mit den meisten Erweiterungen hier bei mir im Schrank stehen und bei mir auf Platz 44. Platz 43 ist in meiner Top 100 Champions of Midgard, ein Spiel aus dem Jahr 2015, auch schon ein bisschen älter, ist dann einige Jahre später auf Deutsch auch erschienen, im Original bei Crayfox Games, in Deutsch glaube bei Korax Games genau erschienen und Champions of Midgard, da geht es natürlich ja auch in eine mythologische Wikinger-Welt, wo wir einen Clan anführen und unser eigenes Dorf, unsere eigene Stadt gegen verschiedene Monster wie Trolle und andere Seemonster zum Beispiel verteidigen müssen und per Worker Placement setzen wir unsere Arbeiter in verschiedene Bereiche des Dorfes ein, um uns Ressourcen zu holen, Krieger zu holen. Es gibt ja verschiedene Krieger, die in unterschiedlichen Würfelarten dargestellt werden. Wir müssen aber auch unsere Wirker einstellen, um zum Beispiel gegen Trolle und andere Trollger und andere Monster zu verteidigen, die unsere Stadt heimsuchen wollen, denn wenn die das schaffen und wir haben uns nicht daran beteiligt an der Verteidigung, bekommen wir negative Marker, die Nachteile bieten. Aber diese Monster zu besiegen bringt natürlich auch Vorteile, indem wir Siegpunkte bekommen. Und zum einen ist es halt ein strategisches Worker Placement Spiel, wo wir halt verschiedene Aktionen nutzen und uns verbessern. Wir können uns auch ein eigenes Schiff zum Beispiel kaufen, um über die See zu reisen, wo wir bestimmte Herausforderungen bestehen müssen und Monster besiegen müssen. Aber es gibt auch einen Würfelaspekt und diesen Emery-Style-Aspekt, denn die Kämpfe selber werden dort nur durch Würfel ausgetragen, denn wie gesagt, unsere Krieger sind Würfel und die drei verschiedenen Kriegerarten haben unterschiedliche Würfelsymbole drauf und manche Monster sind gegen bestimmte Waffen immun zum Beispiel. Und so müssen wir auch taktisch hier gut vorgehen und müssen natürlich auch ein bisschen Glück haben, am Ende gut zu würfeln, um ein Monster zu besiegen und nicht alle unsere Krieger zu verlieren. Also Champions of Midgard, wirklich ein sehr schönes, zugängliches Kennerspiel, was thematisch sehr gut funktioniert und was ich auch wieder letztens feststellen konnte, was sehr, sehr gut ankommt, auch bei Leuten, die noch gar nicht groß was gespielt haben, weil eben hier dieser Würfelaspekt, dieser Glücksaspekt natürlich auch vielen gefällt. Ist für zwei bis vier Personen, 60 bis 90 Minuten ab zehn Jahren. Komplexität liegt bei 2,61 von 5, also Kennerspielbereich. Hat eine Bewertung von 7,7 von 10 und liegt insgesamt Platz 140 bei BoardGameGeek. Ist von Ole Steines. Die Illustratoren sind José David Lanza Ceprian und Victor Perez Corbella. Und das Spiel, ja, mag ich sehr, muss ich sagen, gefällt mir einfach sehr gut. Und da sind auch zwei Erweiterungen erschienen, nämlich Valhalla und auf Deutsch dann die unheilvollen Berge als zweite Erweiterung. Und die bringen halt neue Monster, neue Spielpläne mit rein, neue Karten und einiges mehr. Wir haben natürlich auch so Rituale, habe ich schon vergessen, oder so Runenkarten und Endwertungen und besondere Karten, die wir einsetzen können für bestimmte Effekte. Also es ist einiges dabei in dem Spiel. Und die Erweiterung, die bringt natürlich noch einiges mehr nochmal mit, sodass man noch mehr Abwechslung hat. Also Champion of Midgard mag ich sehr, muss ich sagen, ist bei mir trotzdem ein bisschen abgerutscht. Weiß ich gar nicht, warum direkt. Das ist einfach, als ich die Liste erstellt habe, so passiert, um 32 Plätze von Platz 11 auf Platz 43 runtergerutscht. Liegt aber einfach daran, weil ich andere Spiele vielleicht mehr gespielt habe. Trotzdem, Champions of Midgard mag ich immer noch sehr und wird meine große Box, die ich über das Crowdfunding bekommen habe, auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Das war Platz 43, Champions of Midgard. Auf Platz 42 haben wir einen Aufsteiger, nämlich Tracking the World, 2020 bei Underdog Games erschienen. Und erstaunlicherweise, kann ich immer noch nicht verstehen, keine deutsche Version bis heute erschienen. Das Spiel ist von Charlie Bink und ist ein Familienreisespiel, wo wir über die ganze Welt reisen, Orte besuchen und versuchen halt bestimmte, ja besondere Orte zu erkunden. Es sind, glaube ich, 48 Ziele auf der Welt drinnen, die ganz besondere Ziele darstellen, wie zum Beispiel das Great Barrier Reef, den Mount Fuji, Shichin Itza und viele andere Orte. Und unsere Aufgabe ist es halt, Karten zu sammeln. Das Spiel wird über Handkarten gespielt, die es in vier Farben mit verschiedenen Zahlen drauf gibt. Und wir reisen zum einen mit diesen Karten, die uns einfach unsere Entfernung angeben, die wir reisen können von Ort zu Ort. Dabei sammeln wir auch so kleine Cubes auf. Das sind Souvenire, die uns wiederum Siegpunkte bringen und Boni. Und wir müssen dann aber zu bestimmten Orten reisen. Und dort müssen wir dann auch bestimmte Arten von Karten haben, die wir abgeben können, um diese Sehenswürdigkeiten zu bekommen. Das sind wunderschön illustrierte Karten. Also wirklich toll, da kriege ich gleich Fernweh, wenn ich das sehe. Das Spiel ist einfach wunderschön. Und das Tolle ist, auf der Rückseite von diesen Karten sind diese einzelnen Sehenswürdigkeiten nochmal erklärt. Da gibt es nochmal einen relativ ausführlichen Text, der hinten drauf ist, wo man auch nochmal was lernen kann. Also das mag ich einfach sehr. Ein tolles Spiel, ein richtiges Wohlfühlspiel, was super aussieht und was einen sehr schönen Familienspielmechanismus hat und zugänglich ist. Auch eine sehr schöne Ausstattung mit einem tollen Tray, wo alles drin ist. Also ja, Tracking the World für mich ein wunderschönes Spiel mit einem tollen Cover und was mir viel Spaß macht und für mich unwahrscheinlich, dass sich dann noch kein deutscher Verlag gefunden hat. Das wurde ja dann als Nachfolger Tracking Through History, der wurde ja dann auch von einem deutschen Verlag veröffentlicht, aber Tracking the World leider bis heute nicht. Hat eine Bewertung von 7,1 von 10 bei BoardGameGeek und ist insgesamt auf Platz 1423. Im Familienranking auf Platz 400 aktuell ist für 2 bis 5 Personen 30 bis 60 Minuten dauert hier eine Partie ab 10 Jahren und die Komplexität mit 1,91 von 5, also gehobenes Familienspiel, würde ich mal sagen. Diverse Künstler wie Zabba Bernhard und Marta Danica haben, wie gesagt, dieses wunderschöne Spiel illustriert und ich mag es sehr, kann es auf jeden Fall empfehlen und das war Platz 42, Tracking the World. Wie gesagt, um 37 Plätze nach oben, also deutlich gestiegen nochmal in meiner Gunst. Und der letzte Platz für heute ist der Platz 41 und das ist Azul. Und ja, Azul kennen Sie sicherlich auch sehr viele, ist ein abstraktes Legespiel sozusagen, wo wir ja solche Hartplastik, Kunststoff, kleine Steine sammeln aus einer Auslage, die draften können. Dann legen wir auf unserem Tableau die in Reihen und wenn wir so eine Reihe aus gleichfarbigen Steinen zusammen haben, können wir das nach rechts schieben, ein so ein Stein und in unser 5x5 Raster einpuzzeln. Und das bringt uns halt in dem Fall dann Punkte und auch noch Pony, wenn wir dann Spalten zusammen haben. Und ja, das ist ein wirklich abstraktes Spiel mit einer sehr, sehr schönen Gestaltung und gerade diese Steine, diese Kunststoffsteine natürlich auch ein sehr, sehr schöner Formfaktor. Das fässt sich auch toll an und generell sieht das schon schick aus. Ist so an der portugiesische Fliesenmosaix angelehnt, also sieht wirklich schön aus. Ich mag aber hier dieses Spiel, weil die Regeln sind einfach, aber dieses Spiel gut zu spielen ist immer wieder eine Herausforderung. Man kann auch durchaus ein bisschen interaktiv spielen, was man nimmt, was man anderen vielleicht reinwirkt, denn man hat nicht unendlich Platz bei sich auf dem Tableau und wenn da am Ende die falschen Steine liegen, kriegt man auch Minuspunkte. Also durchaus ein bisschen Interaktion dabei. Es macht aber immer wieder Spaß. Es ist eines dieser klassischen abstrakten Spiele, die bei mir jetzt schon so ein bisschen zu einem Klassiker geworden ist. Das ist Asur von 2017, also schon eine Weile her, von Michael Kiesling. Künstler ist Philipp Guarin und Chris Williams bei Next Move Games bzw. Plan B Games erschienen. Zwei bis vier Personen können spielen, 30 bis 45 Minuten dauert eine Partie ab acht Jahren und die Komplexität liegt bei 1,76 von 5, also wirklich sehr zugänglich. Hat eine Bewertung von 7,7 von 10 und insgesamt Platz 77 bei Board Game Geek, also in der Top 100. Und bei den abstrakten Spielen sogar auf Platz 2. Ja, und durch den großen Erfolg wurde ja auch Spiel des Jahres, gab es natürlich einige Ableger von Asur, wie der Sommerpavillon und auch Asur, die Gärten der Königin, genau 2021. Komplexer, aber auch ein sehr, sehr schöner Ableger. Habe ich jetzt nicht extra hier irgendwie meine Top 100 mit aufgenommen. Hätte jetzt auch nicht in meine Top 100 geschafft, aber eine sehr schöne Fortsetzung, die Gärten der Königin, wer es ein bisschen anspruchsvoller mag. Trotzdem bleibt Asur, so dieser pure und elegante Klassiker und eines der wenigen abstrakten Spiele, die bei mir in der Top 100 sind, hier bei mir auf Platz 41. Ein bisschen runtergegangen, gegenüber letztes Mal von Platz 25, um 16 Plätze, aber immer noch sehr stabil in meinen Top 100. Das waren also nun die Plätze 50 bis 41 meiner Top 100-Brettspiele-Liste. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, was ihr davon haltet, was ihr über diese Spiele denkt, ob die bei euch auch so weit oben im Ranking sind oder noch weiter oben oder ob ihr sagt, mein Gott, Pär, wie kannst du die überhaupt in deine Top 100 nehmen? Da würde mich sehr über euer Feedback freuen. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Was Mis Untertitelung. BR 2018